Guten Abend Pyrus, heute im Test die Funke Petade. Das sind 50 Reibkopfböller. Ja, die ganze Packung hat eine NEM von 100 Gramm. Wird auch mit einem Reibbrett geliefert sogar. Sehr schön. So sehen die Teile aus. 2 Gramm haben die jeweils. Ja, dann sehen wir sie zum Test. Was? Ohhhh! Au! Jetzt wird gevermichtet. Und der auch nicht. Hocher! Jetzt knallt es auch schon. Ja, gezimmert. So, ich mach jetzt auch noch eins. Oder mach du ein paar. Das sind zwei Stück aufs Schneid. Warte, drei Zinellzis mit dem Reibkopfbrett hier. Warte, ist noch einer angegangen, na gut. Und ins Auto rein. Ja, auf jeden Fall mega gute Teile. Warte, ne? Warte, ne? Warte, ne? Warte! Alter! kriegen sollte, werden die leider auch nicht mehr hergestellt. Ja, aber beim Zünden aufpassen mit den Plastikstöpseln, weil das tut verdammt weh, wenn man die ans Bein bekommt. Ja, das war's mit dem Video und ciao Büros.